Ja, willkommen hier zu Minecraft zurück und wir wollen das weiter abbauen. Ich habe jetzt noch eine Schaufel geholt, damit das ein bisschen schneller geht. Zack. So. 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 So! Das war klar, ich muss gleich so weit weg. La bis Lazzuli. 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 Okay, passt. Lärm, ja, ein bisschen ruhig, ein bisschen konzentriert, wie wir den Raum hier jetzt machen, aber, er ist im Griff. Lärm, ja, ein bisschen ruhig, ein bisschen ruhig, ein bisschen ruhig. Okay, ist okay, ist okay, das ist gut. So. 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 sich auszahlt kann man so sagen dass wir unsere bot haben und kohlen und kohlen Das war's für heute. Oh, okay. Das ist eigentlich auch eine große Gold, oder? Das war's für heute. 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 Ciao.